Breaking News bei Wein am Limit. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich Willkommen. Wir feiern, wir feiern wirklich die Ankunft der Weine von Damacy. Ihr wisst schon, das ist da, wo die Rasierklinge ziemlich scharf werden kann. Das ist der geschmiedete Stahl. Jean Smith wird gerade gefeiert. Das ist wirklich großartig, was er vollbringt aus unterschiedlichen Regionen in Südafrika. Da macht er sozusagen, puzzelt er ein Mosaik zusammen oder kreiert ein Puzzlespiel, was eben seinesgleichen sucht. Egal, ob man Winnes, Greg Sherwood, Parker und wie sie alle heißen, aufsteigt. Er ist auf alle Fälle ganz weit vorne dabei. Aber was viel wichtiger ist, das Zeug ist trinkbar, geht rasiermesserscharf die Kehle runter. Pinpoint, hat ein englischer Autor gesagt. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Und deswegen, weil wir ihn so feiern, haben wir ihn gefragt, wie gerade die Lese läuft und was das Besondere an seiner Philosophie ist. Und jetzt kommen ein paar schöne Bilder zu. Südafrika, Leute, ich wollte, es wäre ein bisschen wärmer und die Sonne scheint in Hamburg. Viel Spaß beim Gucken. Hey, Hendrik, Bianca und das Team von Wine and the Limit. Ich wollte Ihnen einen kurzen Update auf, wo wir mit Harvest sind. Wir haben gestern angefangen, Geburtstag-Graben für mich. Es war ein guter Tag, um Harvest zu beginnen. Aber es war alles an dieser Seite. Ihr könnt sehen, das ist die Paderberghe in der Sweitland. So, es ist alles Granitik-Sol, das wir haben da. So, das, natürlich, ripens ein bisschen schneller als wir, wo wir sind jetzt. So, wir sind über 20 Kilometer entfernt von der Ozean, an der Seite, wo wir jetzt sind, nach links. So, das ist Table Mountain, Cape Town, als wir da sind. So, basically, das ist die Crowfly, das ist über 20 Kilometer, das Weg. Falsbay ist, wo wir von uns sind, und das ist, natürlich, also über 20 Kilometer entfernt von uns. Stellenmöch ist da, mit Simonsberg. Und, gerade hinter Simonsberg ist Franz Schöck, wo wir von der Oldwein Semio kommt. Aber wir beginnen mit dieser Seite, das ist, eigentlich, Richtung Nord-Northwest. Aber es gibt eine konstante Briehe, das kommt über diese Hülle. So, wir immer fokussieren, auf die Hülle, wo wir konstante Briehe von der Ozean bekommen. Und das, natürlich, hilft uns mit der Hülle, aber auch für viel kleineren Briehe, wie wir sehen, auf den Bunchen. So, ich möchte euch eine Idee geben. So, das ist das Schönen, das wir hier haben, aber es ist alles Schönen. So, wie Sie sehen, wo es ist, wo es geplant ist. So, es ist Schönen, da kommt aus der Sweitland. Es ist Vane, da kommt aus der Klappwitz, und dann kommt und stopt hier. Da ist nichts von hier, da ist nichts nach dem Ozean. Das Schönen in den Bottler-Rae-Hills. Es ist alles Granite, als wir weitergehen. So, das ist das, warum wir das Sight haben. Wir wollten das ein bisschen warmer Sight haben, obwohl es hat den Wind, das kommt aus dem Ozean. Hier sehen Sie, wie es hier ist, wie es die Briehe kommt durch. Es ist immer cooler, aber es ist ein north-facing Sight, so wir bekommen eine andere Flöhe profile mit diesen Sight. Und da ist auch, für mich, Elektrizität auf die Pallette, die wir mit diesen Säule Säulen bekommen. Der Sight, das ist auf der anderen Seite dieser Hill, ist auf Gräwack Säulen. Und die Gräwack ist, wo die Sandstone, Granite und die Säule, und die Säule wollen, um und dann solidifizieren. Und das ist, wo wir die Gräwack Säulen bekommen. Das gibt es auch viel breadth und auch depth von Fruits. Das ist die Gräwack Säulen, die sich in der Ozean befinden. Das ist die Gräwack Säulen, die sich in der Ozean befinden. Das ist die Gräwack Säulen, die sich in der Ozean befinden. Das ist die Gräwack Säulen, das gibt uns viel viel facilität und lengthen in der Ozean. So, das ist eine Art von der Ozean befinden, warum wir diese Säulen finden, besonders mit Schönen, für die Säulen in Stellenbosch. Wir wollen die beste Sprache von Schönen in Stellenbosch selbst. Und nicht die Leute zu verlieren, aber auch die Komplexität, die wir haben. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit John Smith. Ich kann nur sagen, seine Weine sind wesentlich schärfer als dieses Rasiermesser hier. Ich gehe jetzt zu Barber und wünsche euch viel Spaß auf unserer Seite, weil da sind jetzt die neuen Sachen von John und seiner Equipe. Und das ist brandscharf.